Das Schlafzimmer und so, ich will, dass es hier klar geht. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Ich habe noch über die Hälfte des Geldes. Mach mal 50-50. Wollen Sie mir eigentlich gar nicht so? Ich verschwinde aus der Stadt und werde mich nie wieder blicken lassen. Sie werden mich wohl kaum einfach so zurücklassen. Wenn Sie mich am Leben lassen, können Sie das Geld behalten und ich bin weg. Nun, da wäre ja noch die Frage, wo das restliche Geld abgegeben ist. Wenn ich es Ihnen sage, steht mal eine Chance 50-50, dass ich am Leben bleibe. Solange Sie das Geld nicht finden, bleibe ich zu 100% am Leben. Also, was will ich hier an meiner Stelle tun? Ich bin nicht hier, um Witze zu machen. Scheiße, ich müsste gerne mal was hier witzig finden. Ich habe es. Das finde ich jetzt witzig. Na, was hast du vor? Hey, wir können doch über alles reden. Ich mach's wieder gut. Mach's wieder gut. Nein. Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ich habe das Geld gefunden. Hier hat er sogar seinen Koffer dagelassen. Dann war der Tag ja erfolgreich. Ich dachte, sie wollten keinen umbringen. Na, das war gelogen. Ich muss noch kacken. Sollen wir Spuren hinterlassen? Ist nicht nötig. Ich habe schon für den Verdächtigen gesorgt. Gut für uns. Gut für mich. Schlecht für dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020